Gerne zeige ich euch, wie ihr mit euren Schülern ein Video teilen könnt, so dass die auch den Ton hören. Wenn ihr das so macht, wie ihr es gewohnt seid, dann wird es so sein, dass die Schüler sich melden und sagen, dass sie nichts hören. Das heisst, ich muss noch einmal zurück und wichtig, System Audio einschliessen und dann werden sie den Ton mithören.